Hallo, ich bin die Wiener, ich bin seit einem Jahr Streamer und mache heute mein erstes Community-Treffen. So, wir sind hier in Bremen bei Pummelfee am Start, in der Kneipe, machen heute mal die Nacht zum Tag. Ja, die liebe Alexa dreht hier einen kleinen Block, ich bin mit am Stüssel. Worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, gönnt euch den Block von der lieben Alexa. Wir sind mit am Start. So, hallo und herzlich willkommen im Block. Oh, den habe ich jetzt in Frankfurt abgeholt aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrpott. Und ich habe gestern ein bisschen viel getrunken, ich war noch mit Freunden unterwegs und bin jetzt am Verhungern. Also ich habe mich gerade testen lassen und wir fangen jetzt Mara abholen, der es übrigens heute auch nicht so gut geht. Also, es läuft. Aber sie? Ja, hat ja auch nur 10 Minuten gedauert. Ungefähr 3 Lara, bis sie meiner Seite. Ja, ich muss mal gucken, bis sie das erste Mal runterknallt. Ich finde, das geht klar, Digga. Das war so klar, dass es nicht lange hält. Es war auch klar. Okay, ich glaube, ich muss einfach noch festhalten. Also Odin ist nicht nur nett, indem er uns abholt, nein, es gibt sogar, verdammt, exklusiven Service, ey, wie in einem Hotel. Ja, wir haben noch sehr lange Fahrt vor uns. Ich würde sagen, wir machen Vogue Pro nochmal mit Mara. Und auf Wiedersehen. So, wir haben sie abgeholt. Mara, erzähl mal. Hallo. Voll nervös, hallo. So, wir machen jetzt eine kurze Stadttour. Ich bin eins Biene, ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Weil ihr habt alles geplant, ihr habt alles gemacht. Geil. Ich komme nur mit. So, wir sind auf der ersten Raststätte. I don't know, wo wir sind. Das interessiert uns auch nicht. Ich sage, ich habe zwei Raucher dabei. Oh, den, der mich heute abgeholt hat. Ich sage, ich habe zwei Raucher dabei. Voll gut. Zeig mal. Geil. Sehr exklusiv. Ich nicht am Rauchen, ich nur am Erfrieren. Und wir sind live. Kann man uns sehen? Ja, man kann uns sehen. So, wir sind im Hotel angekommen und fahren jetzt direkt los. Doch, wir sehen Traumhaft aus. Ey, da gibt es ganz gemerkt. Ich glaube, das... Finger, Alter, konzentrier dich, ne? Oh, mein Bruder, der ist toll. Hey, Jäger. Ja, ich mach dir das auch noch mal, ne? Warmer Jäger, Mann. Kino, bist du Kräuter? Kräuter, Bruder? Ich und Alex sind zusammen. Was sagst du? Eine Lüge. Alex, sei so sexy, ja. Alex, sei so sexy. Mein Gott, was hast du mit drauf? Ich liebe Rammestein. Ich liebe Rammestein. Rammestein ist meine absolute... Mann, der guck, ich so eiskalt. Er ist sowieso eiskalt. Du bist so eiskalt. Ich bin nicht eiskalt. Er ist supercharmant. Sag mal dein Tattoo. Welches? Du weißt völlig. Er ist charmant. Er hat dich. Kaliber, ich bin stolz auf dich, Bruder. Ich liebe dich. Das ist dein Sohn. Ich dachte, das wär... Ist der echt nicht so ein Sohn? Deswegen lässt du den so absaufen. Er ist ja sein... Trink bitte Wasser. Mach noch mal zehn Liegestütze, let's go. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Mach doch mal. Jetzt nicht, ey. Komm. Dann kannst du wirklich... Kaliber braucht gar nichts mehr heute machen. Gar nichts. Möchtest du was sagen? Ja. Okay, ich muss jetzt einen Tornado machen. Kiri Niedersen. Das wäre mein Zweiter, der vielleicht erfolgreich wird. Okay. Alles klar. So, Alexa. Ich will immer Tamara sagen. Sie macht jetzt einen Tornado. Warum sind auf einmal alle hier? Was ist das denn für ein Tornado? Da gehört Strohhalm rein. Nein, nein. Was laberst du? Nein, das geht ohne. Hol dir mal bitte mir. Nee, so geht das nicht. Keine Aussage mit einem Strohhalm. Das geht gar nicht. Magst du jetzt einmal wieder machen? Mir wird kalt. Okay. Lass kommen. Schieb dir rein das Ding. Und rein. Was ist denn los? Tornado? Wo ist der Tornado? Komm ein bisschen weiter. Der Tornado. Das ist richtig plubbern, Alter. Ey. Also wenn du so auch... Ich möchte dir jetzt einfach nur kalt. Wenn das wärmer wär, würdest du die ganze Ladung wegballern. Wenn du so in der Luft weg, die du gerade gehabt hast, dann müsstest du die ganze Flasche mit rein. Ey, wenn das ein bisschen dickflüssiger und wärmer wär, würdest du das alles wegballern oder wie? Locker. Klar, von ab hier. Nee? Können wir nachher mal gucken. So, alles klar. War nicht verkehrt. War nicht verkehrt. War nicht verkehrt. Aber nicht kotzen, ne? Das kostet das Gute. Ja, das schleimige. Das muss rein nochmal. Bro, also entschuldige mal. Mara, mein Schatz, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag. Neben der Kimi geht's nicht immer. Wie heißt Kimi? Ist übrigens Grafikdesignerin. Ja, dezent. Ja, ganz dezent. Da hat der lieber, der aus der Schweiz gekommen ist. Das ist wirklich los. Und ich habe jetzt nur viermal, glaube ich, beide reingeschaltet, ja? Durch die Mara kam, weil sie dich ja gewollt hat. Durch den Raid, ja? Alexa ist eine ganz tolle... Danke schön. Wo ist jetzt da? Die Alexa ist eine ganz tolle Streberin. Danke schön. Und eine ganz tolle Community hast du, ja? Und Rafa sollte es viel, viel, viel mehr geben. So, danke schön, meine Engel. Super lieb. Oh, wirklich. Da muss ich echt bestätigen. Wunderbare Community. Der Schweizer. Der Schweizer spricht. So, die sind am zocken. Andere sind am trinken. Und ich würde jetzt gerne auf Toilette gehen. Und damit wäre, glaube ich, der Vlog auch beendet. Nächsten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen am Sonntag. Ich habe mich gestern nicht abgeschminkt. Ich sehe aus wie Scheiße. Es war gestern ganz wild. Na, Mara, erzähl mal, wie war es gestern? Mhm. Wir lassen das. Wir lassen das. Genau. Wer gestern nicht im Stream war, hat einfach alles verpasst. Sechseinhalb Stunden später. So, ganz kurzes Update. Wir sind irgendwo auf einer Raststätte. Wir sind jetzt zweieinhalb Stunden gefahren. Und haben noch eine Stunde vor uns dann das Mara zu Hause. Ich glaube, das hat man aber in ihrer Story gesehen. Und in zweieinhalb Stunden bin ich zu Hause. Das heißt, die Tour ist hiermit vorbei. Und was soll ich euch noch erzählen? War geil. Es war grandios. Ich sage es euch, wie es ist. Es war ein wundervolles Wochenende. Wir haben sehr, sehr viel im Auto verbracht. Aber es war auch cool. Ich habe so tolle Leute kennengelernt. Und gigantischsten Dank an Odin dafür, dass er hier quer durch Deutschland fährt, um mich und Mara quasi abzuholen und wieder nach Hause zu fahren. Ey, einfach nur verrückt. Einfach nur verrückt. Vielen, vielen lieben Dank Odin. Crazy. Meine Lieben, das war's mit dem Vlog. Vielen lieben Dank an... Oh, warte, ich muss so... Dankeschön an Odin. Und Dankeschön an mich dafür, dass ich kaum was aufgenommen habe. Ihr habt Spaß. Wie sagt man so schön kommentiert? Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Aktiviert sie. hist Compakt. Aktiviert wurde auf diesem Video жел教hoch 호f. jetsack-spancher, plâchen. resignationes.